Um Warenpaletten bei Transport und Versand vor Beschädigungen zu schützen, werden sie mit Stretchfolie umwickelt. Dazu werden Stretchfolienwickler eingesetzt. Der Wickelvorgang kann gefährlich sein, wenn die diversen Zugangspunkte an der Maschine nicht ordnungsgemäß abgesichert sind. Gefährliche Zugangspunkte sind der Zuführ- und Entnahmebereich der Fördervorrichtung sowie sämtliche Zugangstüren. Safe Stretch Wrapping Solutions von SICK bieten Ihnen alles, was Sie für sichere und produktive Stretchfolienwickler brauchen. Sicherheitslichtvorhänge wie beispielsweise der Detect4Prime eignen sich ideal für die Absicherung des Zuführ- und Entnahmebereichs, weil sie Personen erkennen, die sich den Gefahrbereichen nähern. Muting-Sensoren unterscheiden zwischen Material und Personen und steigern dadurch die Produktivität. Sicherheitsverriegelungen sichern sämtliche Zugangstüren ab. Der Standstill-Monitor MOC3ZA erkennt die Restspannung des Motors, um sicherzustellen, dass gefahrbringende Bewegungen gestoppt werden, bevor Personen den Gefahrbereich betreten. Die gesamte Logik wird von der Sicherheitssteuerung FlexiSoft verarbeitet. Die Steuerung erfüllt den höchsten Sicherheitsintegritätslevel und stellt sicher, dass internationale Bestimmungen stets eingehalten werden. Bei SICK erhalten Sie Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Experten begleiten Ihre Projekte zuverlässig und kompetent. Ein Projekt umfasst typischerweise die Maschinensicherheitsbewertung, die Erstellung des Sicherheitskonzepts mit nachfolgendem Systemdesign, die Installation und Inbetriebnahme an der Maschine vor Ort, sowie die Verifikation und Validierung der Sicherheitsfunktionen. Safe Stretch Wrapping Solutions lassen sich leicht auf andere Fertigungslinien übertragen. Dadurch werden Sicherheitsvorkehrungen weltweit standardisiert. Erfahrene Sicherheitsexperten von SICK stellen die ordnungsgemäße Umsetzung und die Einhaltung vor Ort geltender Bestimmungen sicher. Safe Stretch Wrapping Solutions von SICK basieren auf modernster Technologie und sind dank der intelligenten Muting-Funktion ein Garant für maximale Produktivität. Erfahrene Mitarbeiter von SICK begleiten das Projekt und stellen die zielgerichtete Implementierung sicher. Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen wird die vollständige und mit SICK Verified Safety Siegel versehene Dokumentation mitgeliefert. Vertrauen Sie der Nummer 1 für Sicherheitslösungen.